Ich hab so einen Haufen Salz und anderes Zeug. Und hinten ist noch ein... Oh! Gucken wir mal hier hinten, ob wir das scannen können. Ich suche nämlich noch Rezepte. Ich brauche noch Rezepte. Ich muss noch ein paar Sachen bauen. Ah, ist das schlimm, wenn hier... Das Ding ist halt verdammt schnell alle, ja. Ich find auch keine Sachen mehr zum Scannen gerade. Um dort eben noch ein paar Rezepte rauszukriegen, ne. So, ich will mal nicht so tief tauben. Fünf Prozent nur noch, ey. Boah, ist das schlimm. Und gleich ist es alle. Ach, Mann. Ist immer so schnell alles, das Ding. Das macht mich... Ich müsste noch was dran geändert haben, definitiv. Weil normalerweise ist das Ding eigentlich nicht so schnell alle. Die Nacht bricht da rein. Ist schön. Das ist immer, wenn ich hier bin, bricht die Nacht herein. Ich weiß auch nicht, wieso. Boah, das wurde verdammt dunkel. Das wurde ja richtig dunkel. Hier mal meine Oberfläche. So. Ich muss auf alle Falle hier vorne. Hier vorne hin. Boah. Das sieht man schon gar nicht mehr. Ich denke, ihr seht bestimmt auch nicht mehr, oder? Hier liegen noch ein paar Koffer. Cool. partie gefunden blöde vieh mich einfach anzugreifen geht gar nicht wieso schon am tauchen bin und hoffentlich an sachen finden so ich würde es trotzdem langsamer auf die aurora machen ich hab den ersten hilfepack mitnehmen müssen ich hab's doch an wenn ich was vergesse vergesse ich wieder mal richtig gut aber stech doch mal bei ersten hilfepacks sind glüge noch auf die aurora drauf brauchen wir sowieso welche sonst kommen wir ja gar nicht in den ehem raum dort rein ja das ding wackelt schon wieder ich weiß gar nicht warum es wackelt so perfekt wir sind wir da jetzt haben wir noch eine batterie mitgenommen so kommen wir hier irgendwie rein wir haben uns immerhin das handschweißgerät hier auch ja nicht weiter. Schade eigentlich. Signal. Hitzesignal. Das nehmen wir mal mit. Das klingt gut. Hier hinten kann ich auch nicht weiter. Ist das schlimm hier. Ich komme ja hier hinten nicht rein. Ich möchte gerne hier rein, aber irgendwie. Gibt es denn ein gewisses Gerät oder ein spezielles Gerät dafür, hier reinzukommen? Oder? Na ja. Gut. Gehen wir weiter auf Verkundungstour. Ja, ist zu viel. Ah, ist zu viel trinken. Haben wir ja auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir langsam meinen ersten Hilfekasten. Ich habe noch ein Signal gefunden. Interessant. Das Ding ist schon leer. Ich muss langsam mal was. Yes. Erste Hilfekoffer. Nice. Den nehmen wir auch gleich mal. Den nehmen wir noch eins. Perfekt. Das Ding ist zu. Ich nehme mal mit. Muss mal aufpassen hier. Ja. Verschreitig gut gelaufen. So. Und mindestens 75% wieder. Mal gucken, ob wir auch noch ein anderes hinkommen. So, dann können wir mal den halben Feuerlöscher. Haken wir mal auf die 5. Gibt es hier noch irgendwas? Ne, ne? Ne. Ne. So, erstes Hilfekoffer nehmen wir mit. Die nehmen wir definitiv mit. Die werden wir jetzt brauchen. Ach stimmt, hier kam ich ja nicht ran. So, geht es hier noch irgendwo hin? Ne, ne? Es hat nicht die Vermutung, dass es da noch irgendwo hingeht. So, dann gehen wir mal hier rein. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo hinkommen. Wenn wir gerne hin möchten. Gibt es hier noch irgendwas? Interessant ist nö, ne? Ne, hier brauchen wir schon. Ach stimmt, ich kam ja hier unten nicht hin, ne? Ich kam hier unten nicht drüber. Boah, ich komme auch noch nicht drüber. Ist nicht drüber, oder? Ist nicht drüber ernst. Yes! Oh, ohne das Feuer zu latschen. Sehr nice. Gut. Ich kam in irgendeinen Raum, kam ich hier nicht rein. Das beste ich noch. Hier ist eine Riesenluke. Na, komm schon. Hier waren wir schon. Hier gibt es nichts. Da war ja was. Die Kiste haben wir schon. Ich kann nicht drüber liegen. Gut, die ist leer. In irgendeinen Raum kam ich nämlich nicht rein. Das wisst ihr noch. Da müsste ich... Da könnte ich mir das Schweißgerät mitbringen. Das sieht cool aus, ne? Zumindest du brauchst ziemlich viel Energie. Das ist alles so viel Strom, was man hier hat. Ich hoffe, dass wir hinten was ordentliches finden, was uns jetzt mindestens ein bisschen weiterhilft. Sonst muss ich eben auf die Suche gehen, nach den ganzen Frachtteilen und generell, um dann auch halt mal weiterzukommen. Wenn ihr noch ein paar Tipps habt, wo ich was finden kann, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde ich mich echt drüber freuen. So, letzter. Was sind wir hier drinnen? Können wir jetzt mindestens die Schränke durchsuchen? Hm. Nicht schlecht. Erste Hilfe kaufen ist immer gut. So, jetzt haben wir hier noch. Destiliertes Wasser. Eine Batterie. Können wir schön gucken hier. Destiliertes Wasser ist gut. Können wir auch gleich mal trinken. So. Brawnbucht. Ich habe Energiezellen, die wir hier finden, ne? Das ist schon nice. Brawnbucht. Okay. Ach nö. Es ist immer noch. Ich brauche doch noch ein Schweißgerät. Ich muss das Ding doch noch zusammenbauen. Boah. Boah. Mann ey. Ist doch schlimm, oder? Ich dachte, man findet hier mal ein bisschen was. Ich dachte, man findet hier mal ein bisschen was. So. Nee. Jetzt habe ich das Ding ja öfter schweißt und wird er nicht hier. Was ist jetzt? Puh. Er hat die Signale. Wirklich schöne Höhlenöffnung. Guck mal, wird das eine neue Schubkanone? Fableon zweites Teil. Ach, Mensch. Lass ich mal gucken, wo wir noch Magnesium-Pulver finden. So, gab's ja den wenigstens, um sonst hier zu sein. Ist noch irgendwo eine Tür, wo man nicht rein kann. Jetzt können wir auch noch Fertigschweißen. So, hier ist ein Ohrenhaufen Sachen ums Wasser gefallen. So, hier ist ein Ohrenhaufen. 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 So, hier ist ein Ohrenhaufen.